Freunde, heute spielen wir den Elementar-Klon-Tycoon in Roblox und ich würde sagen, wir werden sofort das Feuerelement rauswählen, denn Leute, ihr wisst ganz genau, das Feuerelement ist das coolste aller Zeiten und genau deswegen machen wir das jetzt auch und schaut mal, ich hab einfach Feuerfähigkeiten! Ich werd, ähm, das Erstelement wählen! Bitte, das geht gar nicht, das ist erst ab Level 5. Warte mal, was? Wie, das geht nicht? Okay, warte mal, da werd ich Blitz nehmen und nicht auslösen, Simlucky. Warte mal, warum willst du mich jetzt auslöschen, Simlucky? Was hab ich dir getan? Hm, du bist, du bist, du bist blöd, oh ja! Bill bist selber blöd, weißt du was? Ich seh dich genau da hinten, okay? Okay, wenn du willst, dann gibst du halt Stress. Mhm, denn mit mir willst du lieber keinen Stress, Simlucky, du weißt ganz genau, ich hab dicken Rücken. Billi, du hast keinen Rücken. Doch, von meiner Elementar-Armee, oh yeah! Billi, ich werd eine viel krassere Armee haben als du und dann, schau mal, ich fang hier sofort an und das Erste ist hier alles kostenlos. Oh, guck mal, hier vorne haben wir direkt eine Maschine gemacht, wo wir ganz, ganz viel Geld kriegen und das kann ich dann abholen, Leute. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier vorne schon anfangen, was kann ich, ich will eine Klon-Armee, Leute. Ich will jetzt die Klon-Armee anfangen, okay? Ich hab Feuerweh, ich hab, Junge, dann mach ich ganz, ganz viele Feuerklone, das ist ja immer ultra cool. Und ich kann das jetzt upgraden, let's go! Hm, Simlucky, du bist ja auch gar nicht weit, Alter, was bist du für ein dicker Noob? Billi, du bist genauso weit wie ich, okay? Ich seh dich da hinten. Äh, nee, ich bin so viel weiter. Nein, bist du nicht, Billi, ich seh ich's ganz genau, okay? Billi, hör auf zu lügen. Ich würd niemals lügen, ich bin der ehrlichste Mensch auf der ganzen Welt. Oh nein, Billi, das bist du auf keinen Fall. Du bist, wenn schon, der unehrlichste Mensch auf der ganzen Welt. Hm, das ist jetzt aber gelogen, Simlucky, weil jetzt bist du der unehrlichste Mensch auf der ganzen Welt. Billi, ich versteh gar nichts mehr, was du sagst, aber weißt du, was ich weiß? Dass ich dich komplett abziehen werde, das weiß ich ganz genau. Und schaut mal, Leute, wir haben hier richtig coole Geschenke. Und wenn Billi mich ein bisschen nervt, okay, dann werd ich sogar Robux ausgeben, sag ich dir ganz ehrlich. Hier, limitierte Geschenke anzeigen, aha, mhm, kriegen wir hier irgendwas, Leute, kostenlos beanspruchen? Hab ich jetzt irgendwas bekommen? Ich glaub nicht, Leute, schade. Egal, gibt's hier vielleicht ein Glücksrad oder so? Guck mal, und hier ist unsere Armee. Du hast doch keine Armee, brä, Leute. Ah, schaut mal, ich glaub, das ist das Haus, wo wir unsere Armee aufbauen können. Oh ja, ich brauch jetzt nur noch Fenster und eine Straße. Ich will jetzt endlich meine Armee aufbauen. Aber was gibt's hier für Items? Äh, Blackie, ich hab so richtig, warte mal, was hab ich da? Wow, ich hab eine ganze Burg gebaut. Warte mal, was? Billi, ich seh, du hast wirklich eine ganze Burg gebaut. Wie hast du das hinbekommen? Ähm, verrat ich dir nicht. Alter, Junge, wie hat Billi das denn hinbekommen? Ähm, das war so schwierig, das würdest du niemals hinkriegen. Ich wette mit dir, das hat nur richtig wenige kosten. Ich werd's auch gleich haben. Aber ich fokussier mich jetzt erstmal hier auf das Haus. Äh, Blackie, ich greif dich gleich an mit all meiner Armee, oh yeah. Billi, aber weißt du was? Das wirst du nicht schaffen, denn ich hab jetzt Verteidigung. Yo, schaut mal hier vorne, das ist jetzt meine Armee. Das ist mein erster Krieger, Leute. Haha, oh yeah. Hey, Billi, was machst du hier vorne? Ah, ich hab jetzt auch eine Wand. Hey, geh da sofort weg. Ah, Leute, ich hab hier Fähigkeiten. Wie cool ist das denn, bitte sehr. Warte mal, ich muss das wegmachen. Ey, Billi, attackiert mich. Sehr Blackie, ich mach dich fertig, Alter. Billi, du hast gar nicht die Blitzfähigkeit, du hast einfach eine andere genommen. Wow, was geht denn jetzt ab? Und boom, nimm das. Billi, weg mit dir. Boom, 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 boom. Leute, äh. Sehr Blackie, ich hab dich fertig gemacht. Bin selber draufgegangen. Hm, egal, aber ich hab dich fertig gemacht. Okay, Billi, aber ich hab dich auch fertig gemacht. Hm, nee, hast du nicht. Ich bin doch am Leben. Nein, Billi, du bist nicht am Leben. Wo, okay, wenn du am Leben bist, wo bist du? Äh, ich hab mich zurück zu mir teleportiert. Nee, Billi, du bist einfach draufgegangen. Gib's zu, okay? Du bist nicht so gut. Und weißt du was? Du kommst jetzt hier nicht mehr rein. Ich schließe jetzt die Tür. Äh, was? Willst du nicht deinen Freunden reinlaufen in deine Burg? Du willst mir nicht rein und du sagst hier auf der Straße schlafen. Billi, du hast eine eigene Burg. Okay, du musst nicht bei mir schlafen. Ich hab Angst draußen alleine. Irgendwo bist du ein Angsthase. Ich, was weiß ich, ich hab vor nichts Angst. Ich hab nicht mal vor meinem eigenen Pups Angst. Und davor muss jeder Angst haben. Okay, Billi, davor hat niemand Angst. Oh, doch. Hm, hm, davor hat jeder Angst. Weißt du was? Ich hab gar nicht das in meinem Bild. Ich hab das in meinem Pupsi welches haben. Okay, Billi, das hast du sowieso schon immer gehabt. Hm, ja. Und das wäre jetzt doch viel krasser am Richtig fällig machen. Nein, wirst du eh nicht schaffen, Billi. Weil ich werde jetzt, Leute, mit so richtig krassen Sachen reincheaten. Wie zum Beispiel mit dieser Radiobox. Nee, das ist eine Radiobox, Leute. Das bringt mir absolut gar nichts. Was ist das hier vorne? Äh, 99 Euro ist Spionage Jetpack. Okay, Leute, wenn ich mir das nicht kaufe, dann bin ich ein Loser. Brauch eins davon. Aber ich glaube, dieser Regenbogenmagischer Teppich. Dieser Regenbogenmagischer Teppich. Ja, ganz genau so wird ausgelesen. Ich glaube, der ist besser. Ich glaub, da kann man fliegen. Aber das kostet 9... Da steht 99 Robux, aber das kostet 300. Ey, Leute, die... Hä? Die wollen mich ja absolut abziehen. Das sind Fake-Preise. So, ich kauf mir das und das und das. Das ist so ein Noob. Das kriegst du mich ein. Leute, warum hab ich jetzt 500 Euro für Licht ausgegeben? Brauch hier neue Sachen. Obwohl, ich glaube, ich brauch eher... Neue Krieger. Ganz genau. Warum hab ich so viel Geld dafür ausgegeben? Das war voll dumm. Brauch mehr Krieger, Leute. Äh, warte mal. Äh, Billy, was ist das für eine Meldung unten? Dungeon. Ich hab Dungeon beansprucht. Was? Du hast einen Stronghold? Has been occupied by Billy. Ganz genau. Das ist meiner. Warte mal. Billy, du hast... Leute, der hat einen Dungeon für sich beansprucht? Mhm. Ich hab eine krasse Armee. Billy, du hast keine Armee. Du hast mich einzeln angegriffen. Doch, meine Armee ist sowas von groß. Billy, niemals hast du eine Armee, okay? Wenn du eine... Alter. Oh nein, Leute. Ich brauch jetzt auch eine krasse Armee. Warte mal, ich schau mal vor. Wir können hier anscheinend auch irgendwelche Bosse angreifen. Okay, ich glaub, das machen wir gleich, Leute. Meine Feuerarmee ist die krasseste, okay? Passt auf, ihr blöden Bosse. Fress das! Ey, du kannst gar nichts im Lucky. Ja, das hat wirklich kein Damage gemacht. Doch, aber Billy, ich bin viel stärker als okay. Laber nicht so viel. So, zack. Bam. Fetten Zaun hab ich mir jetzt gemacht. Wir brauchen noch eine Treppe. Oh, ich hab sogar Double-Jump. Wie cool ist das denn? Okay, Leute. Die Tür wird geöffnet und Armee. Ja, perfekt. Mhm, mhm, mhm. Oh, ich kann hier mit dir auslösen noch von mehr. PvP. Aus, 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 aus. Kein PvP. Leute, greift sie doch nicht an. Ach, Mann. Egal, weißt du was? PvP an. Zack. Greift sie an, Leute. Attacke. Du wirst sowieso nicht die erledigen. Doch, schaff ich. Guck mal hier. Bam. Billy. Boom. Und zack. Bam. Alle erledigt. Weißt du was? Ich will jetzt auch diesen Stronghold beanspruchen oder was auch immer du gemacht hast. Wie hast du das gemacht, Billy? Ich check es nicht. Hm, verratest du nicht. Oh ja. Haha. Billy, das ist nicht witzig. Doch, ich werde dir nichts verraten, weil du nur bist und du das selber rausfinden. Okay, das ist echt nicht nett. Aber weißt du was? Ich werde... Ah, hier vorne bist du ja, Billy. Bam. Ich mach dich fertig und boom. Ho, ho, ho. Ey, der Maki. Äh, äh, warte mal. Hast du dich fertig gemacht? Ja, Billy. Richtig ertappt. Das war ich. Haha. Und was machst du hier vorne? Willst du etwa auch eine Zerstörung haben oder was? Boom. 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 Leute, ich hab keine Chance. Und da vorne, Billy, da bist du ja schon wieder. Und bam. Boom. Boom. Let's go. Und bam. Feuer kommt mit. Und boom. Ich zerstöre alle bei dir. Hey, der Maki, geh da weg, bitte. Ja, was machst du jetzt, Billy? Hm? Ich bin viel zu stark für dich. Und boom. Alter, Leute, das Feuer... Ich hab doch gesagt, Feuerelement ist viel zu krass. Feuerelement ist zu krass. Ja, mhm. Was machst du jetzt? Ich hab mich alle erledigt. Alter, Billy, ihr seid Loops im Vergleich zu mir. Und wisst ihr, was ich erledige jetzt? Ein Boss. Bam. Bam. Der hat nur richtig viel Leben. Leute, der hat nur richtig viel Leben. Ich muss den jetzt erledigen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Warum krieg ich den nicht erledigt? Ich muss den erledigen. Hey, Maki, du bist Noob. Jetzt komm ich zurück. Nein, Billy, du kommst auf keinen Fall zurück. Du wirst mir den nicht eh abstauben. Hey, warum kann ich den nicht erledigen? Der hat nur 400 Leben, Leute. Ich kann ihn nicht erledigen. Okay, ich glaub, ich muss zurück. Ich muss mir nochmal Krieger holen. Ich glaub, nur dann klappt es. Dann, Maki, in der Zeit komm ich zurück und werd mich rasieren. Billy, man hat sich grad gesehen, wer wen rasiert hat. Hm? Ähm, ich hab dich hops genommen. Niemals hast du mich hops genommen. Weißt du was? Ja, da vorne. Wir gehen jetzt zum Boss. Ich bin voll hier da. Nein. Hey, Billy. Du bist so ein Ehrenlose. Du hast mir den abgestaubt. Ich hab gar nichts abgestaubt. Das sagst du. Billy, das kriegst du da vorne. Und bam, friss das. Ah, yo. Leute, ich glaub, ich bin draufgegangen. Oh nein. Ich bin draufgegangen. Mhm. Bin eher viel stärker als du. Haha. Loser dance. Loser dance. Oh nein, Billy. Das kriegst du zurück. Ganz ehrlich. Das kriegst du sowas von zurück. So, meine Krieger. Geht in den Kampf. Ich werd noch viel stärker, Leute. Hier, bam. Krieger spawnen. Zack. Ja, Krieger bringen mir richtig viel. Tür brauch ich nicht. Nee, Leute. Braucht man... Braucht kein Schwein. So, wir brauchen irgendwas Krasseres. Gibt's hier noch mehr Geld? Ich brauch mehr Geld, Leute. Zaun. Zack. Perfekt. Turm. Ja, bam. Turm brauchen wir. Leute, ich glaube, wenn man das da für sich beansprucht... Nee, das ist nicht mehr für Billy beansprucht. Wer hat mir das nicht klaut, ey. So mag die das in der Allianz knüpfen. Nein, Billy. Mit dir werd ich auch ganz sicher keine Allianz knüpfen. Warum nicht? Ich werd dich auf keinen Fall verraten. Hinterherdlich verraten. Danach, ähm... Deine... Wenn du eine Frau hast, werd ich dich heiraten. Was redest du da, Billy? Gar nix, gar nix. Ich sag dir nur, dass ich viel besser bin. Okay, und genau deswegen mach ich keine Allianz mit dir, okay? Weil du bist verrückt, Billy. Ich bin schon verrückt. Ich bin ein bisschen. Ja. Da hast du das, Billy. Yo, was ist das denn für ein Typ da vorne? Äh, Billy, vielleicht machen wir doch lieber eine Allianz. Okay, wisst du jetzt... Dann kannst du nicht, wie ich sagst du, ne? Denn wir müssen zusammenhalten. Oh ja, vielleicht wirklich. Aber, Junge, meine Attacken sind echt krass, Leute. Guck mal hier. Ich kann immer so rollen. Und dann, bam! Haha. Und zack! Ich hab jetzt einfach schon vier Krieger. Let's go! Bam! Du hast auch keine Chance gegen uns. Mach den fertig, Leute! Mach den fertig! Ja, zack. Easy. Light work, Leute. Easy work. Hm, der Marki, das hat gar nix, Alter. Guck mal, ich mach mich wieder fertig. Billy, lass mal den Typen da vorne zusammen angreifen, okay? Hm, okay, ich bin dabei. Billy, aber mich nicht attackieren. Wichtig. Ich will sie niemals machen, oh ja. Alter, Leute, nein, 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 nein. Ich muss das fertig machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und bam, 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 bam. Die Krieger mach ich easy fertig. Aber ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich glaub, der ist zu stark. Bam, boom. Ich glaub, ich hab alle erledigt. Oh, Alter, komm. Alter, wie viele Leute hat der da bitte sehr? Nee, den mach ich, den mach ich kalt, Alter. Der hat sogar Zauberer schon. Die sind viel stärker als ich. Aber ich mach die easy fertig mit meinen Attacken. Die Feuerattacken sind echt krass. Feuerverbrennung. Bam, zack. Feuer, äh, Feuer schauen, Leute. Und boom. Haha, keiner hat ne Chance. Okay, Maki, äh, Frieden, Frieden, Frieden. Okay, keine Attacken. Okay, Biddy, äh, Frieden. Hey, nein, das ist mein König. Ach, der Biddy hat das schon wieder erledigt. Mhm, Maki, Frieden. Biddy, du schießt mich hier doch gerade ab. Nee, weißt du was, Biddy, das reicht. Bam, nimm das. Nimm das, Biddy. Boom. Und batz, batz, Biddy, fress das. Und bam, und boom, und batz. Und bei uns, go, Biddy, ich hab dich erledigt. Hey, Maki, ich werde dich verfluchen. Was, Biddy? Ich werde dich verfluchen jetzt. Okay, Biddy, was hast du vor? Oh, Maki, komm bitte so. Oh, Maki, ich bin ein Pups. Oh, was, Biddy, Alter, was geht bei dir ab? Okay, nee, Biddy, ich hab genug gehört. Ich rede nicht mehr mit dir. Äh, Maki, äh, es war doch kein Spaß. Biddy, es ist kein Spaß. Du wolltest mich verfluchen. Hab ich auch schon. Okay, Biddy, und was bringt dir das? Du wirst nie wieder in deinem Leben glücklich. Doch, Biddy, ich bin gerade glücklich. Ey, das, das, okay, das wird gleich aber so sein. Oh, ja. Okay, Biddy, was auch immer. Oder sag ich, ich hab mir mehr Krieger gekauft. Ich frag mich, wo die ganzen Zauberer gleich sein werden. Warte mal, schau mal, ich kann hier vorne noch einen Boden machen. Ich brauch jetzt endlich mal Zauberer. Maki, du kriegst gar nichts hin, Alter. Du wirst hier nichts hinkriegen. Biddy, jetzt hör auf, die ganze Blutzen zu reden. Okay, ich werd so viel mehr als du hinkriegen. Guck mal, ich bin schon richtig, richtig weit. Ich brauche jetzt hier noch eine Türe, zack. Und mir wird die ganze angezeigt. Ich soll da vorne jetzt hingehen. Aber es ist unnötig, da vorne hinzugehen. Weil was kann ich da bitte sehr holen? Weil wir schauen mal, was wir hier kaufen können. Einen Boden. Und dann, finde ich, können wir hier Magier kaufen. Die werden ultra stark. Das sind meine Krieger, Leute. Schaut mal, genau da vorne sind meine tapferen Krieger. Guck mal, ah, hier kann ich mich nach Hause teleportieren. Okay, das ist wichtig zu wissen. Und was kann ich hier? Oh, ich kann mir hier richtig krass Abbilds holen. Das sollte ich vielleicht mal machen, Freunde. Hm, kaufen, Münzen. Okay, noch mehr Münzen. Aha, aha. Oh, Leute. Ähm, das lassen wir uns natürlich nicht hingehen. Lasst euch jetzt allen Abo und Likes da, damit ich mir das jetzt kaufe. Maki, worüber redest du gerade? Hm, ach, über gar nichts, Belize. Und zack, Leute. Haha. Schritt darüber, wichtig. Leute, ich habe hier so viele Münzen. 50.000. Alter, damit werde ich hier so krass Plus machen. Schaut mal, meine Feuerfähigkeiten sehen so cool aus. Aber als allererstes, ich kaufe mir hier richtig viele Krieger. Hm, Krieger spawnen. Junge, warum kostet das zu wählen? Alter, Junge, die wählen sind ja absolut teuer. Okay, Freunde. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gehen wir nach oben. Was kann ich mir hier kaufen? Ich habe 47.000. Ich habe echt viel Geld jetzt gerade. Und schaut mal, da vorne, ich dominiere gerade. Das sind meine Krieger. Oh ja, meine Krieger. Versammelt euch. Zack, einen Zaun nochmal hier spawnen. Aber Leute, das brauche ich alles gar nicht. Ich kann mehr Geld machen. Hä, warte mal, was? Oh ja, ganz genau. Ich kann hier mehr Maschinen platzieren. Let's go. Das mache ich auch sofort. Bam. Weil das ist wichtig. Ich kann direkt noch mehr machen. Wie geil ist das denn? Yo. Okay, dafür gebe ich jetzt mein ganzes Geld aus. Leute, das ist passives Einkommen. Okay, das müssen, da müsste, da lohnt es sich richtig, das Geld auszugeben. Dann schauen wir mal, wie fett wir das Geld plus machen. Bam. Zack, direkt die nächste Maschine. Hä, warum hast du so viele Maschinen? Ich habe eigentlich gesehen. Ich glaube, ich habe einen Turm abgegradet. Und jetzt kann ich die 1.000 Maschinen mir kaufen. Simaki, das ist sowas von unfair. Nee, das ist gar nicht unfair, Billy. Ich habe mir einfach die ganze Maschine gekauft, weil ich halt ein bisschen Geld hatte. Simaki, wie hast du so viel Geld bekommen? Äh, das geht dich nichts an, Billy. Das erzähle ich dir auf jeden Fall nicht. Ich habe da so ein paar Strategien. Du meinst hacken als Strategie? Nein, niemals. Ich doch nicht hacken. Davon habe ich noch nie was gehört, Billy. Ja, ja. Ich glaube, kein Wort. Okay, Billy. Interessiert mich nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht. Wenn der nur wüsste. Ja, guck mal. Ich kann Bogenschützen schon kaufen. Elementarbogenschützen. Wie geil sind die denn? Licht, das war so ein Ding, das Geld ist dafür auszugeben. Aber dann, wir machen jetzt mal mit dem Haus weiter. Und ich schaue mal, was wir hier kriegen. Ich will einen Magier haben. Oder so einen richtigen Boss, Alter. So einen richtig riesigen Boss. Wäre auch mal cool. Aber wir geben ja dafür ein bisschen Geld aus. Und irgendwie fängst du schon ein bisschen an zu lenken. Weil ich einfach viel zu viel Geld habe, Leute. Schaut mal, ich kriege gar kein Geld mehr plus. Das fängt auch zu lenken, Leute. Ich bin zu krass geworden. Und yo. Okay, jetzt hat es aufgehört zu lenken. Und ich habe richtig viel Kohle bekommen. Okay, das ist krass. Freunde, was kaufe ich mir hier? So, mal schauen. Kriegerspawn. Hä? Nee, hier kann ich mit dem Kriegerspawn. Hier ein. Hier ein. Und dafür brauche ich wieder Juwelen. Nein, Leute. Vergesst es nicht. Ich werde jetzt hier keine Juwelen ausgeben. Simaki, du bist die ganzen Robots am Ausgeben. 100%. Billy, nein. Weißt du was? Weil du mich hier die ganze Zeit beleidigend tust. Wie wäre es einfach mal, wenn ich mit deinen Boss attackiere? Ey, es ist spannend, weil es ist alles gut. Okay. Nein, Billy, ich werde dich jetzt attackieren. Ey, Simaki, wir können darüber reden. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, warum du mich jetzt dein bestes Freund attackieren willst. Okay, es ist echt ehrenlos. Ähm, Billy, du hast gerade eben auch gesagt, ich werde ein Noob. Hm, bist du auch. Okay, Billy, es geht zu weit. Ich werde dich jetzt attackieren und du kriegst keine Gnade, okay? Mit meinen ganzen Gruppen, mit meiner ganzen Armee werde ich dich attackieren. Ey, ich werde dich hops nehmen, Billy. Ey, aus dem Widerumor bitte bist du ein Anarki. Oh nein. Leute, kommt mal zum Führer. Warte mal, wie klappt das jetzt? Oder keine Ahnung? Leute, klappt das? Führer, was bringt mir das da drauf zu drücken? Ich habe keine Ahnung. Egal wie... Wow, wir hatten eine richtig krase Belohnung. Man wusste es nicht von Anfang an. Das war einfach 5.000 Cash. Die Geschenke, was kriegen wir hier? Hätten wir jetzt auch gerne können. Okay, schade, schade, schade. Anfordern. Zack, bam. Billy, warte mal, bist du gerade hinter mir? Attraktierst du mich gerade? Äh, Billy, du Ehrenloser. Hier, nimm das, Nacki, haha. Ey, du hast mich auch mit... Alter, Billy, es war klar, dass du nur das kannst. Es war sowas von klar. Nein, Billy, jetzt reicht es mir. Ich werde dich attackieren. Hm, kriegst du nicht hin? Haha, ich bin stark für dich. Oh nein, Billy, ich bin viel stärker als du. Ich mache so viel Cash die ganze Zeit. Plus, du hast keine Chance gegen mich, okay? Wo immer du steckst. Ey, ich werde dich jetzt erledigen. Aber als allererstes gehe ich in die Mitte und werde all deine Truppen vernichten. Lass meine Truppen in Ruhe. Die können nichts dafür. Oh doch, die habe ich jetzt alle... Junge, mit einem Schlag habe ich die alle zerstört. Und wisst ihr was? Ihr kriegt genau dasselbe. Bam, nimm das, Leute. Und boom. Hahaha. Und zack, Feuershow. Boom. Sehr lucky, du kriegst gleich deine Rache. Oh nein, Billy, du kriegst deine Rache. Ach, warte mal, von wem ist das jetzt eingenommen? Von mir. Oh ja. Leute, weil ich der Krasseste bin. Und jetzt kriege ich noch viel mehr Cash. Bloß keine Ahnung, was es mir eigentlich bringt, dass ich das eingenommen habe. Aber ich weiß eine Sache, Leute. Ich werde jetzt mit Billy gehen und dem mal einen kleinen Besuch abstatten. Okay, was hast du vor? Ach, gar nichts, Billy. Ich habe vor, alle bei dir zu vernichten. Oh, ich hätte sogar wirklich damage gemacht. Ey. Alter, okay, die sind richtig aggressiv geworden, Leute. Ich muss ein bisschen aufpassen. Und boom. Haha. Damit hat Billy nicht gerechnet, ne? Billy, was treibst du denn da vorne? Ey, lass mich in Ruhe, Alter. Was machst du da? Ich werde es ja legen. Mich kriegst du niemals, Billy. Und bam. Putze und Feuerregen. Und bam. Ein magischer Ball, Leute. Keine Ahnung, was es mir bringt. Und boom. Haha. Billy, du hast keine Chance. Und zack. Ich mache feier. Ich bin kalt. Oh nein, Billy, wirst du es nicht mehr schaffen. Und boom. Zack. Und magischer Feuerregen. Oh, Billy, ich habe dich getroffen. Ey, ich habe dich getroffen. Weißt du was? Jetzt haue ich wieder ab. So, Lucky. Oh, Alter, du. Du Kleingangst. Du haust die ganze Zeit nur ab. Mehr kannst du nicht. Oh, doch, Billy. Ich bin viel stärker als du. Und warte mal. Wo bist du jetzt wieder hin? Billy, du wirst noch ganz viel kleben. Oh, jetzt habe ich dich erledigt. Ey, ich bin Lucky. Wie konntest du nur? Okay, Billy, weißt du was? Ey, ich nehme alles zurück, Billy, Billy. Entspann dich, entspann dich. Magischer Feuerregen. Magischer Feuerregen. Und zack. Abhauen, Leute. Wow. Okay, wisst ihr was? Billy, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Und ich haue ab. Du kriegst mich niemals. Kriegst du mich. Okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt wieder den Feuerkometen. Und wow, damit bin ich im Nu wieder weg. Und zack. Der Maki, hör auf abzuhauen. Oh nein, Billy. Ich haue jetzt ab. Dann werde ich meine Basis noch viel krasser upgraden. Der Maki, ich kriege sowas noch zurück. Oh, hä, Billy. Du hast mich gerade eben auch attackiert. Und jetzt, jetzt holst du rum. Hm? So kennt man dich nicht anders. Der Maki, wie bist du überhaupt bei mir eingebrochen? Hm? Hm? Wie hast du gemacht? Hast du geteetet? Billy, ich kann einfach so hoch springen. Okay, ich bin krass, Alter. Das ist halt normal, ne? Das kann ich halt. Haha. Der Maki, du bist ein Cheater. Nein, Billy, du bist ein Cheater, okay? Ich hole mir jetzt hier richtig krasse Sachen. Ich create jetzt alles ab. Leute, ich create jetzt alles ab. Mir reißt. Mir reißt. Hier, bam. Boden. Zack. Bam. Treppe. Wo soll ich jetzt hinrennen? Warte mal. Ah, ich glaube, ich kann mir da noch mehr Cash kaufen. Ja, ganz genau. Ich muss noch mehr Cash machen, Leute. Und zwar genau da vorne. Schaut mal, wie krass das ist. Ich habe jetzt wieder so viel Geld gemacht. Ich kann mir das direkt hier wiederholen. Oh, das hat jetzt echt viel gekostet. Okay, ich hoffe, aber ich kriege jetzt auch extrem viel Plus. Wir können uns hier eine Treppe holen. Okay, zack. Ich bin gleich da. Fall auf, dich zu verstecken. Billy, ich verstecke mich vor niemandem. Okay, du kannst gerne kommen, wenn du willst. Dann gibt es halt jetzt ein 1 für das 1 gleich. Leute, ich glaube, das ist ein Rathaus-mäßig, oder? Kann das sein? Warte mal. Wir bauen das alles auf. Zack, zack, zack. Bauen wir die ganzen Wände hin. Und jetzt fehlt nur noch eine Wand hier vorne. Boom. Und noch ein Dach. Und noch extrem viel mehr, Leute. Das dauert irgendwie alles von lange. Das ist unser Magier-Turm. Okay, ich bin mir sicher, dass ich hier gleich die Magier ausbilden kann. Und wie es aussieht. Alter, meine Krieger sind so am Start, Leute. Guckt euch das an, wie viele das sind. Das sind extrem viele. Guck mal, die kämpfen gerade alle. Warte mal, Leute. Seh, habt ihr das gerade gesehen? So. Alter, Billy ist da vorne, der kämpft gerade. Okay, okay, okay. Baby, du wolltest es nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Ich muss ganz schnell meine ganzen Magier ausbilden, okay? Und dann werde ich Billy attackieren. Der attackiert gerade meine Leute. Der attackiert meine Soldaten. Der Mackie, ich bin in der Mitte. Wenn du willst, trau dich doch. Komm her. Der ist gerade nicht in der Mitte. Der ist da vorne und der attackiert meine ganzen Leute. Oh nein, das wird er zurückkriegen. Okay, Leute, ich habe jetzt wieder ein bisschen Cash gemacht. Alles upgraden, werde ich jetzt Magier ausbilden. Ganz ehrlich, bam. Boom, zack. Warte, kann ich nicht meinen Magier hier ausbilden? Der Mackie, du wirst nix schaffen. Ich habe jetzt so viel Cash für dieses Haus ausgegeben. Das Einzige, was mir gebracht hat, ist, das ist ein schönes Haus. Egal, Billy, das kriegst du noch zurück. Ich werde dich jetzt... Ich werde dich nämlich jetzt hopsen, Billy. Du hast keine Chance gegen mich. So, wo bist du, Billy? Wo steckst du? Mackie, ich bin da, wo du nicht bist. Okay, Billy, wo... Warte mal. Billy, du bist bei deiner Basis. Äh, nee, nee. Ich bin nicht bei meiner Basis. Ich bin da, wo du nicht bist. Okay, Billy. Ich werde dich finden. Warte mal, Billy hat schon wieder das Ding da für sich beansprucht. Oh nein, Billy, nicht mehr lange. Das wird jetzt meins sein. Oh ja. Hä? Deine Krieger am Gegend... Alter, das kriegt ihr zurück. Das kriegt ihr zurück. Bam. Fress das. Und Feuerkomet. Und... Boom. Okay, Leute, das hast du gar nichts gebracht. Egal, warte mal. Verbrennung. Zack. Jetzt habt ihr keine Chance. Bam. Alle deine Billy-Soldaten erledigt. Die takieren irgendwie gar nicht mal. Die sind gar nicht mehr so stark. Und jetzt habe ich das wieder gleich für mich beansprucht. Warte mal, Leute. Ich will das für mich beanspruchen. Hallo. Hey, Lucky. Wie konntest du nur? Ich komme zurück noch viel stärker. Ja, das sind wieder deine ganzen Noob-Soldaten. Oh nein. Ich, das habe ich jetzt für mich beansprucht. Und ich werde jetzt den Boss erledigen. Bam. Erledigt den Boss. Egal, das lasse ich meinen Soldaten machen. Jetzt werde ich mich um dich kümmern, Billy. Hey, Lucky. Halt dich bloß fern von mir. Alter, Leute. Billy ist gar nicht mehr so stark. Alter, Billy. Warum hast du so viel schon erbaut? Hey, Lucky. In der Zeit, wo du nichts gemacht hast, habe ich richtig viel gemacht. Alter, Billy, Junge. Du bist noch lange nicht auf meinem Niveau. Ich bin viel stärker als du. Und das werde ich jetzt auch beweisen, Billy. Fress das. Bam, Lucky. Komm her. Ich kriege nicht fertig. Die war, mach ich fertig. Oh nein, Billy. Du wirst mich ganz sicherlich nicht fertig machen. Denn ich habe ein Feuerkommade. Und bam. Let's go. Feuerverbrennung. Und zack. Und boom. Feuerregen. Und zack. Let's go. Abhauen, Leute. Feuerkommade. Und wow, 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 wow. Leute. Ich wurde von Billy erledigt. Meine Rache wird kommen. Oh ja. Billy, nein. Das kriegst du. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, falls ihr mich zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Falls ihr ein Part sehen wollt, wo wir Billy komplett fertig machen werden. Dann drückt ihr schnell aufs nächste Video. Und ciao, ciao. Kommentiert alle Hashtag Part 2. Oh ja, Leute. Und tschüss. Aktiviert die Glocke. Oh ja, Leute. Ciao, ciao.